Herzlich Willkommen zu einem Rundgang durch unser frisch saniertes Haus unter den Linden. Sie erfahren hier, was Sie für Ihren ersten Besuch wissen müssen. Im allgemeinen Lesesaal bieten wir Ihnen eine besondere Arbeitsumgebung für historische Forschungen in allen Disziplinen. Außerdem gibt es eigene Lesesäle für folgende Sammlungen, seltene Drucke, Zeitungen, Musikalien, Karten, Kinder- und Jugendliteratur und Handschriften. Sie betreten das Haus direkt von unter den Linden aus, durch den Brunnenhof. Im Erdgeschoss finden Sie die Erstinformationen, außerdem Schließfächer für Ihre Garderobe und Taschen. Ihren kostenlosen Benutzungsausweis bestellen Sie vorab online. Abholen können Sie ihn an der Anmeldetheke in der ersten Etage. Er gilt auch für das Haus Potsdamer Straße. Bitte informieren Sie sich über aktuell geltende Öffnungs- und Servicezeiten auf unserer Website. Ihre bestellten Bücher liegen für Sie in der neuen Buchrücklage bereit. Die Buchrücklage erreichen Sie vom allgemeinen Lesesaal aus. Benutzen können Sie die Bücher nur im Lesesaal. Im Haus unter den Linden ist keine Ausleihe nach Hause möglich. Bücher, die Sie mit nach Hause nehmen möchten, bestellen Sie daher bitte ins Haus Potsdamer Straße. Zu Platzreservierungen und Hygieneregeln finden Sie auf unserer Webseite ein FAQ. Ihre Fragen beantworten wir gerne an der Erstinformation im Lesesaal und dem Informationszentrum und natürlich online. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!